und somit willkommen zurück zu let's play lifeless mit calypso und mir luci und hallo cool nach erfolgreichem server crash nach das ja teammate zurückgelassen ist unser armer dude man sorry boy da liegt eine der richtige waffe ja aber die habe ich schon also ich nicht so gar 13 schuss ja wunderbar so wir sind mittlerweile hier oben ganz im kleinen fleck hier war der server crash und ich bin natürlich gestorben im server crash und bin dann in greenwood gespawnt super und ich bin fast gestorben an fünf oder sechs zombies ja und wir wollen jetzt nach wie es ist noch mal hier ich vergesse mal brazier island das ist da oben da ich vorgehen wie du magst dementsprechend habe ich auch kein inventar mehr wenn du was zu essen brauchst sagst du scheid und ich geh jetzt halt hier wie gott über wasser quasi nur du du auch oder was bist du die göttin ja klar müssen wir da lang wo du jetzt langläufst oder können wir auch über wasser laufen weiter weil ich fühle mich auf dem wasser sicher du kommst da sowieso ach so wir müssen über die brücke glaubt gucke ich mir das mal von unten an dann ja so kommt her ihr kackzau misse habe bei der mir auch nicht mehr viel money ja ich habe ja ein schuss in der piste wow ich habe in der einen fünf schuss in der anderen noch 13 und schwer das nicht wirklich viel bringt und die hälfte an leben leben ist wieder geil ja da oben finden wir schon was ich hoffe die epische brücke du kannst auch von der anderen seite direkt hoch ich mag das ja ich mag das real weißt du ich habe die ar 13 schuss hier 13 kills ich habe fünf schuss noch mit der ar ich habe eigentlich für spieler aufbewahren wollte aber hey also ich bin jetzt schon da aber ich will mich gar nicht beschweren müssen alpha zwei zombies drei zombies ja early 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 alpha pre alpha access schnaggeln drei zombies rum wir müssen los wir verhungern ja auch viel zum wir haben die nacht noch nicht überstanden hier das stück über die bude hier oder was gar nicht getroffen pro muss in 14 wie sich sie nur also ja da vorne ähm hinter dir ich hab den mit dem arm abgeschossen lol du hast den mit dem arm abgeschossen ich hab keine money mehr war das jetzt vier ja ok du hast den mit dem arm weggeballert das gefällt mir das game sag ich dir hier ist loot technisch nix oder was der leuchtturm ist noch premium müssen wir gleich mal zusammen hochgehen oder ok ich wollte gerade schon hochtrampeln ja ich weiß du bist neugierig lol hier ist kein loot drin oder was ne oder das ist nicht euer ernst hier war schon jemand oh ne ne der kühlschrank ist offen ne ich hä das hab ich gerade geöffnet achso ja potatoes oder was oh tato kann man die essen na wie wärs mit nem bad äh ja die kannst du essen das ist natürlich sehr sauber gehalten hier der haushalt muss man sagen ich rinne mal dann die treppe hoch hier ne ja oh hier ist was da äh was muniziere oh für die magnum hä wo bist du scheiße hier oben ach oben da geht es doch weiter äh na klar hab ich gar nicht gesehen oh nein hier gibt es echt nix wo war denn da die treppe fuck hä wo ist hier die treppe ach da oh lol what the fuck doch hier ist doch tuna einmal zweimal oh hier ist doch oh hier ist was hier ist was hier ist ja echt blutknappheit ey hier ist noch ne wasserflasche blindfisch blindfischi die was ist denn das ne gasmaske oh das muss ich mal aufzählen jetzt ey zeig mal ähm wo kann man die denn drauf machen hier lol du ich du du ich den helm ist klar jetzt boah das sieht warte 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 bleibst du bleibst du bleibst i don't move i don't move warte 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 i don't move ok dankeschön bitte bitte ähm hat aber nicht so gut armor deswegen mach ich meinen helm wieder drauf na der helm ist wahrscheinlich besser aber armor 12 äh lol die schubladen haben sich geschlossen vor geisterhand so wollen wir den leuchtturm erklimmen na klar mal gucken was es da so gibt hier gibt es schon mal nichts äh es gibt kein geländer ne ganz oben äh doch was ist hier cool kumpel aussichtspunkt oder was you are dead gibt es hier irgendwie loot oder so lol ich glaub ganz oben ahh das ist nur zum spotten was das kommt hier ich klemm fest alles geil super Nee, hier ist nix. Oh nein. Hä? Wo bist du? Hier. Achso? Wenn wir jetzt runtergehen, wir genießen hier mal die schöne Aussicht. Ja, das ist ja. Oh, that is it. Oh, der Himmel ist schön. Dann können wir hier schon mal die Pläne schmieren, wo wir denn als nächstes sind? Rocky Cape oder was? Rocky Cape ist der nächste Punkt, ja, würde ich sagen. Rocky Cape. Cake, was? Cake? Cape. 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 Es ist Cape. Wow. Oh, oh. Was? Hä? Warte, ein Dumpf. Äh, 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 äh. Ich kann doch nicht durchschießen, das sind unsichtbare Bände. Oh nein. Ich kann... Wo gehst du hin? Was? Wir rennen auf drei raus, okay? Machen doch Putt. Das geht nicht. Auf drei rennen wir raus, okay? Komm. Die sind nicht schneller als wir. Eins, zwei, drei. Komm, renn. Renn, Mann. Ich kann nicht rennen. Renn mit deinem Leben, Alter. Ich renne schon. Komm mit mir, wo bist du? Folg mir. Da kommt ein X. Da kommt ein X. Ah. Folg mir, folg mir, folg mir. Die Nerven sind gespawnt. Die Nerven sind gespawnt, Alter. Ich hab keine Starmina. Komm, renn, Mann. Wow. Das Jump, Alter, die Action. Puh. Ach so. Wow. Ich füge hier noch Actionmusik ein, ja? Ja. Der Jump war gerade echt geil, so James Bond-like, Mann. Ja. Wow. Wow, bewerten, kommentieren, nicht vergessen. Also. Bewertet mal James Bond-Sprint. So. Okay, dann einfach rechts. Ja. Die weg? Ähm, die können auch. Mein Nerven. Das Wasser? Das ist ein bisschen low eigentlich. Oh, fuck. Zeig mir nicht, du bist tot. Fuck. Das hat weh getan. Ja, die Kniescheibe ist draußen. Geht, oh, das geht. Das geht. Die geht wieder rein. Die geht wieder rein hier. Warte, ich erst gerade noch mal was? Mal kurz ins Wasser springen. Ist die wieder drin, oder was? Und trinke... Iiii. Trink mal noch was. Ach, Mann, äh. So, ich gönne mir mal eine Wasserflur. Obwohl, nee, nee, nee. Ich warte noch. Wenn du noch eine brauchst, ich hab noch zwei Stück. Aber ich geb mir mal Kartoschkis. So, bist du da, Alter? Ja, aber wir müssen... Wir müssen... Äh, Rocky Cape. Wir sind eigentlich direkt hier. Was ist denn da für ein Must? Oh, lol. Da links. What the fuck? Die Radiostation, glaub ich. What the fucking hell? Die Eastern Radio-Anterne. What's wrong? Oh, Gott. Oh, mein Gott. But what is that? It's a Radio-Station. A Radio-Station, oder? Oh, mein Gott. Ähm. Watch out! Achso. Oh, mein Gott. 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 So. Smoke hat's hier hinzugefügt. Alles klar, danke für diese Entzufügung. Bei Steam. Wett. Achso, ich bin so ein Smoggy. 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 Der Radius, das sieht ein bisschen komisch aus, der Turm, ne? Da ist ein Kran. Oh, der Turm. Rocky Cape, ne? Radio Station, ne? Rocky Cape gehen wir, ne? Ja, 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 ja. Ich find's auch cool, wenn die noch so, ich denk, das kommt ja irgendwann, wenn die irgendwie, oh, Samina, so Bären oder so, dass du hier so Bären pflücken kannst, weißt du? Bären pflücken? Bären pflücken, ja. Das wär's, ne? Pilze und so? Bären pflücken. Da ist ein Schiff. Ne. Oh nein, oh nein, oh nein, Zombies. Renn. Ähm. Ich weiß zwar nicht, wohin, aber... Renn, okay? Ich renne. Oh Gott, oh Gott. Oh, hier sind echt viele Zombies. Sie sollten auf dem Berg bleiben erst mal. Ja. Ich muss das mit Stamina machen gerade. Ich glaub, die haben 20 Kilometer Radius. Oh, ich hab Zombies hinter mir. Ich hab Zombies hinter mir. Wo bist du denn? Vorm Schiff. Wann darf ich so hinterher weg? Wann denn? Hier sind Häuser, wollen wir da rein? Oh, hier ist alles voll. Oh, das ist ein Runner. Oh, scheiße. Da unten? Oh, das sind auch ganz viele. Da ist ein Dach. Renn doch, Alter. Ich? Ne, ich, Mann. Ich spring hier aufs Dach, Alter. Ich bin safe. Wo ist... Oh, da. Ich bin safe. Ich spring hier aufs Dach. Ich bin nicht safe. Ich bin nicht safe. Oder? Oh, ein Stück Scheiße. Oh. Ähm, warte mal, ist hier jemand? Warte mal, warte mal. Wo ist denn der denn? Er ist tot. Renn, renn, renn! Spring! Das sind drei Stück, Alter. Es ist gerade eiskalt im Rücken runtergelaufen. Kann man auf das Dachdach springen, ne? Nein! Wo gehen wir jetzt hin, ey? Wir sagen, wir verlassen uns immer irgendwas einfangen, gerade für die Zombies, ne? Warte mal, ich hab ne Idee. Ich bin in das Haus, da brennt Licht. Ja, ich nenne die Remedy-Knecke, kill jetzt alle, Mann. Ich hab keinen Dings. Bist du irre? Warte, geh weg, geh weg, bleib da. Wo sind die, Mann? Na komm, du schusslos! Was? Was, Alter? Oh, Alter, was ist das hart. Alter, das zauert. Ist der denn tot? Ja? Okay. Was ist das denn hier? Oh, der hat ein Ausschlag, guck mal. Oder? Es ist Blutfleisch. Ey, die sind verseucht, sind die, ey. Also ich hab jetzt noch genau drei Schüsse insgesamt. Mit allen drei Waffen zusammen. Ja, ich hätte auch gern mal wieder ein bisschen Muni. Ich hab nur noch sieben Schuss für... Oh, das war bisher die spannendste Folge für mich, ne? Ja. Hier ist nicht mal ne Tür drin. Achtung, hier könnten schon Zombies drin sein. Oh, was ist das denn hier? Das hab ich auch grad gesehen, so im Augenwinkel. Energy Bar. Ja, okay. Es haben wir wenigstens genug Essen, ne? Am Mund wär auch geil. Oh, wie schön, ja. Das? Ein Helm, der Bischer? Nee, Essen. Essen. Katuschki. Irgendwie. Ich bin eh leer. Mhm. Oh, wie ich diese Kack-Dinger immer auf und zu mache, ey. Entschuldigung, ne Colt-Python. Kannst du nichts essen, ne? Brauchst du ne Colt, ne Colt? Colt-Python. Nimm mit, die hat Muni drin. Ja, hab ich. Oh. Immer in jemanden schießen können jetzt, ey. Nochmal ne Wasserflasche. Brauchst du Wasser? Ich... Ich nehm einfach genau alles. Was ist das denn? Ein neuer Helm? Ist ja geil. Hm. So dasselbe MC-Helm hat. Hier oben ist ganz viel Wasser. Den lassen wir mal fallen, hier. Meatballs. Hier ist noch ne Wasserflasche. Ich hab die Schubladen aufgemacht, wo Wasser drin ist. Alter, es bleibt offen, oder ich rast gleich aus. Ist da unten was? Ne. Okay. So, ähm... Kann man die Fenster aufmachen? Ne. Bestimmt 20 mal in den Kommentaren. Ey, Luzi! Du hast doch was übersehen! Oh, geil. So, haben wir alles. Geil. Hm? Warte, ich würd mal... Warte, hab ich noch... Oh, ich muss trinken, warte. Also, ich hab noch genug trinken, wenn du was brauchst. So, dann noch... Du essen auch. Ja, ne, passt, passt. Das Schwert ist echt schlecht. Schade. Also... Ich will halt langsam Leben regenerieren, ne? Ja, ich auch. Tschüss. Was ist das hier? Achso. Wenn du ne Magnum findest, ist das auch kacke. Droppen... Ich hab'n, äh... Colp-Python, zwei Stück. Okay. Aber der eine hat, glaub' ich, keine Muni gerade. Warte, schau mal. Gibt's hier noch geile Häuser? Ne, die eine hat nur eins. Weiß ich nicht. Ne, geht's nicht. Muss wir schauen. Gut. Ja, what the fuck? Der hat kaum Muni, ey. Wie low ist das denn, ey? Ich würd's sagen, wir rennen noch runter jetzt, oder? Oder wollen wir hin? Moment, erstmal auf die Karte gucken. Wir würden jetzt bei Rocky Cape, bei White Harbour Wharf, oder? Können wir da hin gehen, ja. Achso, by the way, hier... White Harbour Wharf... Zolt... Ne, Wharf, genau. Wharf. Gut, dann würd ich sagen, gehen wir doch die Folge dahin. Ne, ja, ja, doch. Lass, lass, lass uns, lass abhauen, ey. Alles klar. Ganz ehrlich. Das sind Drecks-Zombies, Mann. Ja, irgendwie gehen wir voll auf die Eier, ey. Ich gönne mir noch den Saft. Warte mal. Was ist denn hier noch für ein Häuschen? Ja, natürlich nix, Alter. Das ist eurer Ernst. Oh mein Gott. Gott. What the fuck? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, ich will an weg hier. Komm, wir bitte ganz schnell hier weg. Ja, du bist hier noch unten, Alter. Ja, wo bist du denn schon wieder? Dem Weg. Ich folg dem Weg. Welcher Weg? Der Weg, der von diesem Dorf wegführt nach Harbour Wharf. Alter, wo? Bist du am Strand entlang? Ne, oben. Das ist doch der Weg. Okay, ich bin unten. Er chill. Ich bin unten, okay? Ich hab nur noch einen Schuss. Was? Ja, rennen. Wohin denn? Zu Harbour Wharf. Sag mal, willst du mich veräppeln? Kannst du mir mal eine klare Ansage machen? Okay, zum dritten Mal. Nach Harbour Wharf. Ja, wo bist du denn? Oben am Weg oder unten am Wasser? Unten. Na, danke. Was bringt dir jetzt diese Aussage? Oh, Zombies. Ich kann dir hinterher rennen. Willst du das wirklich? Alter Rennnetz. Oh. Oh. Sind die noch da? Sind die noch da? Oh, alle weg. Sind alle weg. Wahrscheinlich bei mir jetzt immer. Ne, einer ist doch da. Oh. Ich mein, ich hab nur einen Schuss, aber... Nee. Das rostiger... Das rostiger Messer muss her. Okay, ich warte bei der Brücke, also bei der Hauptstraße. Äh... Oh. Ich bin jetzt im Wasser unten. Ach so, du gehst durchs Wasser? Ich lauf... Ja, außenrum. Okay. Meinst du, geht mir das? Ein bisschen Action muss sein hier, oder? Ich geh das noch zum Boot. Zum Boot? Zu welchem Boot? Bei dem Schiff. Kann man da rauf? Ja. Nee. Ich seh's gerade nicht. Nee, ich seh's gerade nicht, aber ich geh mal stark davon aus, ja. Weil da ist, glaub ich, ein Eingang, oder? Also wenn du da rauf kannst, auf das große Schiff. Ja. Dann komm ich mit. Aber ich bin schon mal beim Warf. Sonst nicht. Nee. Nee. Nee, du wartest mal. Ich warte nicht. Was? Hä? Wieso rennst du denn immer vor? Huh? So. Ein Anker. Da ist noch ein Haus. Ja, der Zombie ist auf dem Dach. Alles klar. Auf dem Dach vom Schiff, oder was? Nö. Auf dem Carport. Oh Gott, ey. Wo bist du jetzt? Am Schiff. Nee, da kann man, glaub ich, nicht hoch. Okay. Ich schau nochmal hinten, ob man da hoch kann. Joanne. Was? Nichts, ich warte mal. Ich erkundige gerade das Schiff. Es ist gesunken. Nee, kann man nicht drauf. Alles klar. Gut, äh, dann komm ich zur Rocky Cape. Hä? Ja, wo bist du denn jetzt? Wir wollten noch zu Warf. Ups, meine ich, ja, meine ich doch. Achso. White Harbour Warf. Dacht schon, hä, ist gar nicht Cape, oder was? Ich bin aber auf dem Wasser unterwegs. Ist mir ein bisschen zu doof. Ich zeig mal. Noch seh ich nix. Wann taucht sie auf? Das kann noch ein bisschen dauern. Wann wird sie sichtbar sein? Ist sie überhaupt sichtbar? Ich kann es nicht sagen. Ich seh noch kein Pixel, ey. Ja. Ja, vielleicht stehen wir auch vorne. Also verschiedene, ne? Nee, ich seh das ganze Meer. Achso. Rennst du direkt drauf zu? Ja. Hä? Ich mach mal Leuchtsignal. An, aus, an, aus, an, aus, an, aus. Ich bin jetzt vor. Hä? What? Nee, ich seh das nächste, ich hab keine Ahnung wo du bist. Okay. Also du siehst die großen Gebäude, ja? Die Lagerhallen? Mhm. Ja, stets, im Wasser, ja, davor. Ah, da bist du. Ach, da ganz hinten? Lol. Komisch wie, ist sowas mehr gelatscht. Ja, da sieht man wieder, sie hackt. Einfach nur lächerlich. Haha, sind da viele Zombies? Ja. Dann will ich da nicht hin. Doch. Hier gibt's richtig geilen Stuff Club zum Looten, Mann. Aber ich hab, ich hab keine Muni mehr. Ja, darum ja. Guck, jetzt holen wir uns anzupirschen, Mann. Dum, 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 dum. Puh. Ich hab jetzt den Hammer wieder genommen. Ob man hier die Tür schließen kann? Lor, was ist das denn hier drin? Na, leider gerade. Oh, Gabelstapel. Oh, oh, oh. Stapelgabler. Magne Muni, ich kann kotzen. Lol. Rausch. Gush. Gush Shells. Gush? Hab ich Gush? Hab ich Gush? Hab ich Gush? Nee, hab ich nicht. Krass, das ist einfach nix, ne? Ich glaub, wir brauchen ne Magnum. Ne Magnum. Kann das sein? Magnum. Ich hab mal Kolt. Ich hab mal Kolt. Kolt. Oh, fuck. Das sind so viele Zombies wieder. Ja. Wie kriegen wir die denn down? Wir haben keine Muni. Wir haben gar nix. Versuch mal in die linkere Halle reinzukommen, oder? Mhm. Boah, Alter. Wenn die uns spotten, ne? Wir sind so am Arsch. Dun, 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 dun. Oh, der Schatten. Nicht, dass die... Ja, pass auf, nicht, dass die hinter uns, ähm, auch kommen, ne? Boah, was ist das denn hier, ey? Eine Riesenhalle, Alter. Boah. Ich glaub, das ist ne Werft, ne? Richtig Logistikhalle, ey. Oh Gott. Harbour Wharf. Oh, da draußen steht ein Zombie. Ich glaub, hier oben sind wir sehr... Oh nein. Oh nein. Da kommt der erste Angeschissene. Da kommen zwei Angeschissen. Ich kann ihm einfach mal versuchen, einen Headshot zu geben. Äh, wie jetzt? Das, das geht nicht, das geht nicht. Was ist denn das für ein Lappen-Game? Hä, hallo. Early, early, ey. Ich leg die ab. Aber die sind, glaub ich, auch auf mich berustiert. Uah. Beide getroffen. Also. Oh Gott. Äh. Ja, bitte? Ja. Jetzt hab ich nur einen Schuss. Ich kann also einen töten. Ich hab einen Null. Ich soll den anderen mit dem Hammer nehmen. Komm, wir schlagen den tot, Mann. Warte. Geronimo! Null. Wah. Aller, nice, Ole. Okay, das heißt es du noch mit dem Hammer kämpfen, ne? Shit. Das ist also die große Werft, oder was? Ohne Loot, ohne nix. Das hat sich doch richtig gelohnt, hey. Hey, muss doch noch was geben, das kann nicht sein. Eine fliegende Holzbrette? Tja, ich würde sagen, die Entwickler haben sich jetzt aus dem Staub gemacht. Du Kind. Quatsch, man. Ne? Nein. Ich glaube nicht. Na, du glaubst wieder immer noch das Gute, alles Positive. Du doch auch. Naja. Wahrscheinlich. Ein Pessim-List. Ey, ist echt null, ne? 0,0. 0,0. Ist hier oben was? Der reinste Durchfall, ja. Ich glaube auch, die sind die Letzten der Menschen, ey. Ja, super. Alles dafür. Und bist du? Ich bin irgendeiner... Ach so. Na, abtisch. Hä, gibt's in der Hesse. Dein Glühböhmchen-Licht hat dich verraten. Da ist noch ein Riesen-Riesenhalle. Vielleicht gibt's hier was? Kann man einen Stapler fahren? Das wär geil. Ja, das fällt auch noch hier, ne? Das hat mir ein Gefährt. Naja. Ob man so ein Go-Kart ist oder sowas? Ja. Ähm, hallo? Ich packe fest. Ne, gibt's nix. Fuck. Scheiße. Okay. Das ist, ähm, suboptimum. Wir hatten jetzt zwei Möglichkeiten für die nächste Folge. Das wäre... Divine Gates. Divine Gates Residential. Oder White Harbor South. Ja, aber ist genau selbe Scheiße. Vorher in der nächsten Folge zu Residential. Ja. Residential. 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 Da drüben ist noch mal raus, doch noch mal. Oh, 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 oh. Also das ist eigentlich... Ach, da ist es ja schon. So, grad neben dran. Hä, 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 achso. Ja. Ach, da hinten, guck mal, sind Häuser. Hochhäuser. Oh mein Gott. Das müsste dann... Wollen wir das auch noch mitnehmen? Ne, ich würd's sagen, wir machen jetzt hier einen Cut, ey. Ja, aber dann der nächste Folge. Ja, klar, 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 klar. Geil. Willst du auch, bis der nächste Folge live ist? Die werden kommentiert nicht vergessen. Und... Ah, schau, tschau, tschau, tschau. Pfff. Pff. Pfff. Vielen Dank.